Willkommen, wir sind hier auf der CES in Las Vegas und möchten Ihnen die Funktionsweise des Fotocube erklären. Dieser benötigt eine Android- oder iPhone-App. Diese ist kostenlos im entsprechenden Appstore downloadbar. Dies ist auf diesem Demogerät bereits geschehen. Ich mache ein Foto. Ich kann hier zwischen verschiedenen Formaten wählen, das Foto zum Beispiel aufteilen oder eben im Ganzen drucken. Ich wähle hier Print. Jetzt werden die Daten übertragen. Dies ist hier an der blinkenden Leuchte zu erkennen. Auf dieser Seite sieht man die entsprechende Cartridge, die sowohl das Papier als auch den Toner enthält. Das Foto ist am Ende auch wasserbeständig. Wir sehen gleich, wie es aussieht. Die entsprechenden Farben werden nacheinander gedruckt. So, das Foto ist nun fertig. Das Gerät hat hier ein Android-Phone angeschlossen. Diese Schnittstelle wäre für ein iPhone geeignet. Der Fotocube dient gleichzeitig zum Laden des iPhones oder Ihres Android-Phones, während Sie das Ganze benutzen.